Freunde der Sonne, es geht wieder los und wir haben direkt verkackt. Wir sind einfach direkt Game Over, weil ich einfach erstmal vielleicht eventuell was erzählen wollte, bevor ich hier irgendwie starte. Ich hatte doch erstmal gar keinen Plan, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Bitte nochmal von vorne. Danke, das ist übrigens der zweite Teil davon. Und wir schaffen das jetzt. Oh mein Gott, ich heule doch einfach. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fliege jetzt einfach da drüber. Oh, wow. Boah, Leute. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, das ist alles gewonnen. Wirklich, man hat ja so schlechte Laune. Warum macht man das eigentlich? Also, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt komm, rein da. Geh da rein. Oh mein Gott, warte mal, stopp. Es gibt einfach noch ein Level. Ne, jetzt rei ich. Ich gebe auf. Also, sorry, das wusste ich nicht. Ich habe...